Heute im zweiten Teil zu den Mehrseillängen geht es um die Frage, was man tun muss, wenn man an einem Standplatz angekommen ist, wie man einen Stand erkennt, wie man zuverlässige und schlechte Fixpunkte erkennt und was das alles überhaupt heißen soll. Los geht's! Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, sollte sich diesen definitiv anschauen, falls er oder sie heute Probleme hat, hier thematisch mitzukommen. Da starten wir mit ein paar Begrifflichkeiten, mit ein paar organisatorischen Techniken und der Vorbereitung. Heute geht's weiter mit dem Ablauf. Wir haben bereits letztes Mal die Wechselführung besprochen und ich werde auch in den weiteren Erklärungen in Zukunft immer alles im Sinne der Wechselführung erklären, da das langfristig für alle Seilschaften die gängige Methode des Ablaufs sein sollte. Starten wir beim Thema Sicherungen. Das Thema, wie sichere ich einen Vorsteiger und Co., das kommt in den kommenden Wochen im Detail, aber abgesehen davon, wie sichern wir uns bestmöglich von Stand zu Stand. Klar, Express Schling. Für Mehrseillängen bietet es sich an, mehrere lange oder verlängerbare dabei zu haben. Dazu gibt's hier oben ein ausführliches Video. Sieht man in seiner Linie einzelne Zwischensicherungen, die weit aus der Linie fallen, sollten genau da die verlängerbaren genutzt werden. Eingehängt werden diese Echsen letztlich nicht immer in einwandfreie Bohrhaken. Manchmal kommen auch abenteuerliche Varianten zum Einsatz. Bohrhaken sind mit Abstand die sicherste Variante, denn die werden mittels Spreizdübel oder anderweitig mechanisch so in den Fels geschlagen, dass er letztlich fest sitzt. Reibungsschluss nennt sich das. Beim Platzieren sind sie weniger fehleranfällig und man braucht nicht so eine geschulte Hand wie beim nächsten Kandidaten, dem Verbundhaken, auch als Klebehaken bekannt. Verbundhaken werden mittels zwei Komponentenmörtel im Bohrloch quasi festgeklebt. Dadurch entsteht ein Stoffschluss. Wird beim Platzieren von Klebehaken alles ausnahmslos richtig gemacht, dann sehen sie genauso wie Bohrhaken einwandfrei zuverlässige Fixpunkte. Jedoch setzt das korrektes Vorgehen voraus, was teilweise mit einigen Tipps gut überprüft werden kann. Ich werde hier bei Zeiten in alle Details gehen, das sprengt aber jetzt etwas den Rahmen des Videos. Grundsätzlich kann man annehmen, dass Zwischensicherungen funktionieren. Man sollte sich aber abseits von Bohrhaken und Verbundhaken nicht immer darauf verlassen. Bei den Zwischensicherungen gilt bei normalen Mehrseillängen und Pläsiertouren aber, dass in der Regel auch die Zwischensicherungen sehr brauchbar sind und selten zwei oder drei Zwischensicherungen hintereinander fragwürdig erscheinen. Standplätze kriegen hier natürlich nochmal eine besondere Aufmerksamkeit, da diese natürlich für zwei Personen absolut lebenswichtig sind. Deshalb sind Standplätze bei normalen oder Pläsiermeerseillängen auch immer redundant. Daran erkennt man letztlich auch einen Standplatz sehr gut. Zuerst mal, dass die leichten Mehrseillängen auch sehr nette Standplätze haben, wo man auch tatsächlich mal wirklich halbwegs stehen kann, aber eben auch an zwei Haken, welcher Qualität auch immer, die direkt nebeneinander liegen. Nun kommt der Vorsteiger nach der ersten Seillänge am Stand an. Was nun? Das allererste, was jetzt wichtig ist, ist die Verbindung der beiden Bohrhaken. Nur so kann letztlich Redundanz auch geschaffen werden. Man will also ein Backup, falls ein Haken ausbrechen sollte. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Methoden, wobei bei unserem aktuell vereinfachten Beispiel nur eine in der Praxis Anwendung findet. Zum einen gibt es die Kräfteverteilung, das Kräftedreieck. Dabei versuchen wir die Last auf die beiden Bohrhaken oder auch mehrere Fixpunkte so bestmöglich zu verteilen. Dann gibt es aber noch die Reihenschaltung. Mit der Reihenschaltung belasten wir lediglich einen Bohrhaken. Der andere Bohrhaken wird nicht belastet, sondern dient lediglich im Notfall dem Auffangen des Gewichts quasi und des Lebens sozusagen. Also wenn der erste Haken ausreißt. Bei zwei zuverlässigen Fixpunkten, also Bohrhaken oder guten Verbundhaken, ist dieses Vorgehen immer die erste Wahl. Zu allen Details, wie man einen Stand aufbaut, welche Methoden es gibt, von der Südtiroler Methode bis zur klassischen Reihenschaltung und so weiter, das alles kriegt sowieso ein eigenes Video. Aber heute reden wir vom Ablauf. Nun hat man Redundanz zwischen den beiden Haken geschaffen. Also ist der erste Punkt schon mal erledigt. Zum aktuellen Stand ist man immer noch in der Vorstiegsposition und die letzte Zwischensicherung ist tatsächlich auch die letzte Auffangstation im Falle eines Sturzes. Das heißt, selbst wenn der Nachsteiger und damit aktuell Sichernde den Partner im Standbau beobachten kann, ist er noch nicht gesichert und damit muss man weiterhin voll aufs Sichern konzentriert sein. Nachdem der Stand redundant abgesichert wurde, kann man sich in den zu belastenden Bohrhaken einhängen und selbst sichern. Das kann man mit einer Bandschlinge wie beim Klettersteig machen, mit einem Connect Adjust zum flexiblen Einstellen oder auch mittels Mastwurf direkt mit dem Seil. Hat man das gemacht, kann man zum Partner rufen Stand. Hört der Partner das Kommando Stand, hängt er das Seil aus der Sicherung aus und ruft zurück Seil frei. Ist das Kommando angekommen, zieht der Vorsteiger das komplette Schlappseil ein und nimmt es auf. Ob man das auf den Boden legt oder über die Selbstsicherung legt oder über das Bein, ist unterm Strich egal. Ist das Seil straff, schreit der Nachsteiger Seil aus, womit der Vorsteiger das Seil in die Sicherung einhängen kann. Mit Nachkommen ist dann klar, dass es mit dem Nachstieg losgehen kann. Im Idealfall wirft dann der Nachsteiger noch ein Komme oder Einstieg hinterher, um zu signalisieren, dass jetzt weiter Seil eingeholt werden kann. Beim Nachstieg ist es wichtig, dass der untere Stand zuvor komplett abgebaut wird, sonst verliert man ja Material. Das gilt natürlich auch für sämtliche Zwischensicherungen, die am Weg geklippt wurden. Nachsteigen heißt beim Mehrseillängenklettern aber etwas anderes als beim Sportklettern. Beim Sportklettern ist Nachsteigen eine Spielform zum Probieren von schweren Projekten und ähnlichem. Beim Mehrseillängenklettern hingegen ist es im Nachstieg zwar sicherer zu stürzen, aber in vielen Situationen trotzdem sehr unpraktisch. Das beste Beispiel dafür sind Quergänge. Wenn man einen langen Quergang mit einer nächsten Zwischensicherung beispielsweise erst in 5 oder 6 Metern hat, dann würde man bei einem Sturz als menschliches Pendel durch die Gegend schwingen. Das kann auch sehr gefährlich sein. Deshalb sollten auch Nachsteiger bei Mehrseillängen mit dem Schwierigkeitsgrad nicht völlig überfordert sein, um solche heiklen Situationen letztlich zu vermeiden. Ist der Nachsteiger letztlich auch am Stand angekommen, stellt sich die Situation wie folgt dar. Der Vorsteiger von zuvor hängt mit der Selbstsicherung im Stand, ebenfalls das Sicherungsgerät oder der Halbmastwurf mit Karabiner. Nun muss sich der Nachsteiger ebenfalls kurz im Stand selbst sichern. Viele Sicherungsmethoden müssen nämlich umgebaut werden, können also nicht so wie im Nachstiegsmodus direkt weiterverwendet werden. Außerdem sollte man jetzt kurz überlegen, wie viele Zwischensicherungen bei der nächsten Seillänge kommen. Bei Plaisir-Touren steht das oft tatsächlich sogar in der Topo und falls nicht, kann man das meist sehr gut anhand von Länge der Seillänge und Schwierigkeitsgrad abschätzen. Wenn man sich nicht sicher ist, nimmt man lieber das in der Topo angegebene Maximum, also das komplette Sortiment an Expressen mit, um definitiv alles klippen zu können. Denn nicht immer hat der Vorsteiger zuvor alle Expressen gebraucht, was dazu führt, dass er immer noch Material am Gurt hat, das nun vielleicht wichtig sein könnte. Deshalb sollte man sich immer einen Moment am Stand absprechen, bevor es weitergeht. Kommunikation ist am Standplatz nicht nur praktisch, sondern tatsächlich lebenswichtig. Deshalb sollten Rücksprachen zu jeder einzelnen Aktion verinnerlicht werden. Beispielsweise die Frage, bist du sicher? Um zu klären, ob der Nachsteiger nun wirklich selbst gesichert ist und aus der Sicherung genommen werden kann. Nachdem alles bereit ist zum Weiterklettern, die Sicherung also umgebaut und das Material übergeben wurde, klettert der ehemalige Nachsteiger nun als Vorsteiger weiter, weil ja die Wechselführung eben sinnvoller ist. Ich fasse den Ablauf also jetzt nochmal kurz zusammen, damit ihr das für euch auch wirklich gut überblicken könnt. 1. Vorsteiger kommt am Stand an 2. Vorsteiger baut Stand 3. Vorsteiger ruft Stand 4. Nachsteiger nimmt Vorsteiger aus Sicherung und ruft Seil frei 5. Vorsteiger zieht Seil bis zur Spannung ein 6. Nachsteiger ruft Seil aus 7. Vorsteiger hängt Nachsteiger in Sicherung ein und gibt das OK fürs Nachsteigen 8. Nachsteiger steigt in die Route ein 9. Nachsteiger kommt am Stand an und sichert sich selbst 10. Ehemaliger Vorsteiger baut Sicherung um und Material wird getauscht 11. Neuer Vorsteiger steigt in die nächste Seillänge ein Ein 11-Punkte-Plan, mit dem eigentlich nichts mehr schiefgehen kann. Ab nächster Woche dann schauen wir in die Details der einzelnen Schritte, bis wir eben den kompletten Ablauf dann in allen Schritten perfekt drauf haben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!